Ja, Fynn, guter Job, eine wirklich fantastische Runde. Kannst du uns etwas über deine Gefühle erzählen, dass du wirklich schnell auf dieser Runde bist? Und dass du Leute hinter dir, wie Kobe Pauls, die wirklich gute Fahrer sind? Ja, meine Gefühle sind sehr gut. Die Runde war sehr, sehr gut. Ich hatte viel Speed, also konnte ich sehr schnell fahren. Ja, über die Standungen, habe ich gesehen, dass einige Fahrer in fronte von dir ein Bumper aufgetragen haben. Wir werden sehen, was die Veränderung in unseren Standungen verändern wird. Aber nach allem, bist du glücklich mit deinem Ergebnis? Ja, ich bin nicht glücklich, weil ich auch ein Bumper habe, also ich weiß nicht, wo ich jetzt gehe. Okay, dann über die nächste Runde, was ist dein Plan? Ja, die nächste Runde ist der Attack. Ich hoffe, dass ich in die Front gehen kann. Ja. Okay, ich wünsche dir best of luck and thank you. Thank you.